Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die aktuelle wirtschaftliche Situation in der Türkei, des Weiteren schauen wir uns die derzeit massiv steigende Inflationsrate an und schauen was Experten hier zu sagen. Denn einige Experten sprechen sogar schon von einer möglichen Staatspleite in der Türkei. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Bevor es losgeht noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben gibt's und seit kurzem auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für euren Support. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Im Corona-Krisenjahr 2020 gehörte die Türkei zu einem der wenigen Länder, das ein Wirtschaftswachstum erzielte. So sank zwar das Wachstum im Bereich des Baugewerbes, und natürlich litt auch die Tourismusbranche, aber der Finanzsektor verzeichnete beispielsweise ein Plus von 21 Prozent. Grund hierfür war unter anderem der Kreditboom, denn in der zweiten Hälfte hatten Banken ihre Kreditvergabe fast verdoppelt. ntv.de schrieb hierzu. Zitat. Die Türkei hat im Corona-Jahr 2020 als eines der wenigen Länder ein Wirtschaftswachstum geschafft. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 1,8 Prozent zu, wie aus amtlichen Daten hervorgeht. Von den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern hat lediglich noch China ein Plus geschafft, das mit 2,3 Prozent allerdings höher ausfiel. Die Türkei hat ihr gutes Abschneiden vor allem einem Kreditboom zu verdanken. Die staatlichen Banken haben ihre Darlehensvergabe in der zweiten Jahreshälfte nahezu verdoppelt. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Aufgrund der Geldpolitik des Landes stieg die Inflationsrate bereits im April auf über 17 Prozent. Infolgedessen erreicht die türkische Währung immer wieder neue Rekordtiefs. So fiel der Kurs am 1. Juni auf ein erneutes Tief von 8,7744 Dollar. Das heißt man musste für einen US-Dollar knapp neun türkische Lira bezahlen. Auch hier wird deutlich, dass Spannungen in der Politik und deren Maßnahmen ein großer Treiber der Inflation sind. Die Türkei verfügt über eine gute Exportindustrie, neben dem Tourismus sind der Maschinenbau, sowie die Automobilindustrie aber auch Baumwolle und raffiniertes Erdöl von großer Bedeutung und wichtige Einnahmequellen für das Land. Doch vor allem in der letzten Zeit beeinflusste die Innen- und Außenpolitik auch das finanzielle Geschehen immer mehr, sodass immer wieder politische Ereignisse dafür sorgten, dass die Situation sowohl für die Geldpolitik als auch für die Unternehmen zunehmend schwieriger wurden. Handelsblatt berichtete hierzu. Zitat. Ein Putschversuch und eine Serie von Terroranschlägen gefolgt von einer Verhaftungswelle haben Investoren vergrault und damit die Finanzkraft des Landes geschwächt. Ein Streit mit den USA um einen inhaftierten Pastor hatte ebenfalls dafür gesorgt, dass Investoren plötzlich ihre Gelder abzogen, obwohl andere Makrodaten zu der Zeit stabil geblieben waren. Und schließlich hat die autoritäre Politik der Regierung unter Staatschef Recep Tayyip Erdogan hunderttausende Urlauber aus Deutschland und anderen Ländern dazu gebracht, keinen Schritt mehr in ein Hotel an der türkischen Riviera setzen zu wollen. Damit fielen wichtige Deviseneinnahmen weg, zum Leidwesen der Hoteliers, die mit Politik nichts zu tun haben wollen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Die aktuelle Zinspolitik führt dazu, dass die Lira immer mehr unter Druck gerät. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der Vergangenheit immer wieder verdeutlicht, dass er keine Erhöhung der Zinsen anstrebt. Er glaubt, dass die Inflation auch mit niedrigen Zinsen bekämpft werden kann und hofft, dass Unternehmen und Anleger wieder mehr investieren und somit Arbeitsplätze im Land schaffen. Im März rief der türkische Präsident seine Landsleute zum Vertrauen in die eigene Wirtschaft auf und wollte die Menschen dazu bringen, ihre Devisen und ihr Gold im Land zu investieren, um damit die Wirtschaft anzukurbeln. Aufgrund der angeschlagenen wirtschaftlichen Lage und der steigenden Inflation horten die Menschen Fremdwährungen und flüchten vermehrt in Edelmetalle. So verzeichneten türkische Banken beispielsweise Ende 2020 etwa 260 Milliarden US-Dollar in ausländischen Währungen. Das sind etwa 3200 Dollar pro Person. Die Banken versuchen zwar die Flucht in fremde Währungen zu verhindern, indem sie mit höheren Gebühren entgegenwirken, doch viel scheint dies tatsächlich nicht zu bringen, da das Vertrauen in die türkische Währung inzwischen zerstört ist. Da der ehemalige Notenbankchef Naci Abbal eine Zinserhöhung als Kampf gegen die Inflation durchsetzen wollte, wurde dieser von Erdogan ausgetauscht. Reuters berichtete hierzu. Zitat Im März erzwang Erdogan den Wechsel an der Spitze der Zentralbank. Währungshüter Naci Abbal wurde zwei Tage nach einer Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation durch einen Vertreter der Regierungspartei ersetzt. Der Schritt führte zum Absturz der türkischen Lira. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Doch es ist davon auszugehen, dass bei Festhalten dieser Geldpolitik die Lira weiterhin an Wert verlieren wird, und Anleger sowie Investoren die Türkei weiterhin meiden werden. Denn die Erhöhung des Leitzinses scheint eine der wenigen Möglichkeiten zu sein, um der aktuell steigenden Inflation entgegenzuwirken. Mit höheren Zinsen steigt die Sparrate des Landes und verhindert den Konsum, da weniger ausgegeben wird. So wird die Geldmenge weniger ausgeweitet und die Preise steigen nicht so stark. Auch der Chefsvolkswirt der Lichtensteiner VP Bank sagte hierzu. Zitat Die Inflation mit niedrigen Zinsen zu bekämpfen, wird nicht funktionieren. Vor allem aber sind höhere Zinsen in der Türkei dringend nötig, um eine weitere Abwertung der Lira zu verhindern, die die fremdverschuldeten Unternehmen andernfalls in große Schwierigkeiten bringen wird. Zitat Ende Denn ein weiteres großes Problem sind auch die enormen Mengen an Schulden im Ausland in Verbindung mit der schwachen Lira. Umso schwächer die Lira wird umso einschneidender werden die Kredite, die in anderen Währungen wie zum Beispiel in Dollar verzeichnet sind. Mit dem Wertverlust der Lira werden dann die Zinsen als auch die Tilgung der Darlehen für Unternehmen in der Türkei immer teurer. Manager Magazin berichtete hierzu. Zitat Insgesamt belaufen sich die Auslandsschulden der Türkei nach Angaben der dortigen Notenbank auf rund 435 Milliarden Dollar. Etwa ein Drittel der Summe entfällt auf Unternehmen und private Haushalte, der Rest auf Finanzinstitute, die Notenbank selbst sowie die öffentliche Hand. Laut Notenbank lauten rund 57 Prozent dieser Schulden auf US-Dollar. Weitere 30 Prozent sind in Euro notiert. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Sinkt der Wert der Lira immer weiter, könnte das zufolge haben, dass die Schulden irgendwann nicht mehr getilgt werden können und Banken im Ausland auf Kredit des hohen Risikos keine weiteren Kredite mehr gewähren. Die Staatspleite wäre dann nicht mehr weit. Auch der Chefvolkswirt der Lichtensteiner VP-Bank Thomas Glitzel warnte, dass sobald die erste Bank keine Kredite mehr gibt, weitere Banken nachziehen werden und ohne Schaffung von Vertrauen in die türkische Geldpolitik ein Zahlungsausfall und somit eine Staatspleite nicht ausgeschlossen ist. Und was denkt ihr? Sehen wir bald eine Staatspleite in der Türkei. Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 5 5 6 7 8